Mit dem Ebrosia Pralinenabonnement erhalten Sie alle zwei Monate frische Pralinen direkt vom Chocolatier. Handgefertigt, nur aus natürlichen Zutaten und mit der Ebrosia Genussgarantie. Die Pralinen stammen aus der bekannten Goethe-Schokoladentaler-Manufaktur, die auch das Berliner Hotel Adlon beliefert. So genießen Sie im Ebrosia-Abonnement Pralinen wie im Fünf-Sterne-Restaurant. Freuen Sie sich auf die beliebten Klassiker auf neue Pralinenkreationen, die mal asiatisch, mal exotisch angehaucht sind oder einfach extravagant in der Kombination der Zutaten. Einfach köstlich.